Der 1946 geborene Schriftsteller Gerd Loschütz debütierte 1971 mit dem Prosa- und Gedichtband Gegenstände. Seitdem hat der Autor für das Theater geschrieben und weitere Romane und Erzählungen veröffentlicht, um schließlich für längere Zeit zu verstummen. Aber dann, 2015, kam er wieder zum Vorschein mit dem Roman Dunkle Gesellschaft und landete damit auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Seitdem werden Loschütz Bücher von der Kritik regelmäßig mit Lob bedacht. Nun hat er einen neuen Roman vorgelegt, Besichtigung eines Unglücks, so der Titel, alles weitere von Christoph Schröder. Am 22. Dezember 1939 ereignete sich in der Kleinstadt Gentin, 100 Kilometer westlich von Berlin, das bis heute schwerste Zugunglück in Deutschland. Ein aus Berlin kommender Reisezug fuhr in der eiskalten Nacht auf einen kurz vor dem Bahnhof von Gentin stehenden Personenzug auf. Der stehende Zug war im vorweihnachtlichen Reiseverkehr hoffnungslos überfüllt. Selbst der angehängte Paketwagen war mit Passagieren voll besetzt. Mindestens 186 Menschen starben nach offiziellen Angaben, andere Quellen sprechen gar von 400 Toten. Es existieren mehrere Theorien darüber, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hat der Lokführer des auffahrenden Zuges mehrere Haltesignale übersehen? War er möglicherweise von den Rauchgasen seiner eigenen Lokomotive benebelt? Sowohl ein Schrankenwärter als auch ein Streckenposten im Stellwerk hatten vergeblich versucht, die Katastrophe zu verhindern. Letzterer schlug, so sagte sein Kollege es aus, kurz vor dem Aufprall die Hände vors Gesicht. Dann der harte metallische Schlag, Eisen auf Eisen, das Kreischen der sich ineinander bohrenden Wagen, das Knirschen der sich stauchenden Bleche, das Krachen und Splittern zerberstenden Holzes, alles in eins. Mit einer solchen Gewalt, dass es im Umkreis von zehn Kilometern zu hören ist. Die Leute schlafen und schrecken aus dem Schlaf hoch, dann wieder Stille, noch tiefere Stille. Gerd Loschütz wurde 1946 in Gentin geboren. Das verbindet ihn mit dem Ich-Erzähler seines neuen Romans. Van der See heißt er und ist von Beruf Kulturjournalist. Er lebt in Berlin, seit seine Mutter mit ihm in den 1950er Jahren die DDR in Richtung Westen verlassen hat. Nun macht Van der See sich an die Rekonstruktion des Zugunglücks, stöbert in Archiven, liest Zeugenaussagen und Polizeiprotokolle, versucht sich ein schlüssiges Bild der Ereignisse zu machen und stößt dabei immer wieder auf Lücken, die nur mit Mutmaßungen zu füllen sind. Besichtigung eines Unglücks besteht aus drei langen, jeweils etwa 100 Seiten umfassenden Kapiteln, denen zwei eher fragmentarische kurze Kapitel angehängt sind. Die große Kunst dieses Romans besteht, wie auch schon in früheren Büchern von Gerd Loschütz, darin, dass er auf den ersten Blick scheinbar unzusammenhängende Ereignisse auf so elegante wie nahezu unmerkliche Weise miteinander verbindet. Erst zum Schluss bemerkt man, dass jedes Detail einen Sinn und eine Funktion hat. Bei der Durchsicht der Liste der Toten und Verletzten des Zugunglücks stößt Van der See auf die Namen Giuseppe Buonomo und Carla Fink. Die beiden reisten offenbar gemeinsam, aber warum? Er war ein Vertreter aus Neapel, sie die halbjüdische Verlobte eines in Neues lebenden Juden namens Richard Keuper. Welche Verbindung bestand zwischen den beiden? Immer wieder lässt Loschütz seinen Ich-Erzähler die Bedingungen seines Schreibens reflektieren. Die Akten, die Briefe, ein ganz enges Korsett, in das ich mich hineinbegeben habe. Kaum Erfindungen möglich, nur Vermutungen, Rückschlüsse. Wenn das so ist, folgt daraus? Das stimmt so selbstverständlich nicht. Der Gegenbeweis dafür ist der Roman, den wir in den Händen halten. Besichtigung eines Unglücks ist ein feinsinniges, sprachlich genau gearbeitetes und spannendes Buch, das frei von Sensationsspekulationen, Zeitgeschichte und literarisches Erzählen miteinander verbindet. Loschütz' Verfahren ist eine Suchbewegung. Seine Sätze haben etwas vorsichtig Tastendes und enden oft in der Offenheit von drei Punkten. Zugleich aber hat Loschütz als ein versierter Autor sein Material fest im Griff. Das zweite lange Kapitel des Romans ist die Erzählung von Carla Finks' Geschichte, die sich wiederum mit dem Lebensweg von Van der Sees Mutter Lisa kreuzt. Ihr, Lisa, ihrer unglücklichen Liebe zu einem hochtalentierten Musiker, ihrer gescheiterten Karriere als Violinistin und ihrem Ankommen in Berlin nach der Abreise aus Gentin, ist das dritte Kapitel gewidmet. Zugleich kommt dort auch die Vaterlosigkeit des Ich-Erzählers zur Sprache, die zuvor als offensichtliche Leerstelle über dem Buch schwebt. Es hängt tatsächlich alles mit allem zusammen und in jedem Kapitel formuliert Gerd Loschütz in einer neuen Variation das Generalthema, das dem Roman zugrunde liegt. Es geht um den Zufall, der buchstäblich die Weichen stellt und um den Augenblick, der über das Glücken oder Misslingen von Lebensläufen entscheidet. So wie die Katastrophe von Gentin hätte vermieden werden können, wenn der auffahrende Zug, wie später berechnet wurde, vier Sekunden früher die Bremsung eingeleitet hätte, so bringt Loschütz seine Figuren immer wieder in Situationen, in denen ein Leben blitzartig eine neue Wendung nehmen kann. In einem der beiden kurzen Schlusskapitel ist es dann Van der Sees selbst, der über das Verhältnis von Zeit und Tod nachdenkt. Dazu die Erkenntnis, dass vor meiner Geburt Millionen von Jahren vergangen sind und nach meinem Tod wieder Millionen von Jahren vergehen werden, sodass die Annahme, das Leben sei der Normalfall, als blanker Unsinn dasteht. Umgekehrt ist es. Nicht das Da, sondern das Nichtsein ist die Regel. Im Oktober dieses Jahres feiert Gerd Loschütz seinen 75. Geburtstag. Seit 2005, seit dem Roman Dunkle Gesellschaft, hat Loschütz ein herausragendes Buch nach dem anderen geschrieben. Besichtigung eines Unglücks fügt sich nahtlos in diese Reihe ein. Es ist eine Geschichte, die zum Schluss noch einmal eine geradezu rührende Wendung nimmt, ohne ins Sentimentale zu kippen. Auch das spricht für die Könnerschaft dieses Autors. So das Urteil von Christoph Schröder. Gerd Loschütz' Roman Besichtigung eines Unglücks ist im Verlag Schöffling & Co. erschienen. 332 Seiten, 24 Euro.